so da sind wir wieder und danke an mr infernal für die tipps mit diesem mit der fall dass da und diesen anderen bereich da keine ahnung ich wollte darunter in die in die loslassen danke das andere ach so die kiste ich nicht schieben konnte jetzt muss ich die orte überhaupt erst mal wieder finden war das hier ich bin leicht überfragt werden sehen weiter und weiter mann ich hasse halle sachen erwähnt ich das schon mal das ist das nervigste in den ganzen spielen strecken meistens so lang gemacht sind jetzt habe ich angst vor diesem stein der sich verschiebt ja genau und wo ist diese verdammte schlange die ich die ganze zeit höre war doch hier oder was war hier und war hier irgendwas das ich noch nicht machen konnte meine ich zumindest ganz stark so jetzt hier rüber ich frage mich wann die an den lieber nichts sagen dann sind die großen gleich wirklich da also hier soll ich irgendwie rückwärts drauf und hoch springen ich hoffe das ist nicht zeitgesteuert was haben wir hier oh ein fahrstuhl dann wer hat das teil aber das ist wieder verdammt laut es ist auf zeit hey gut dass ich da vor gespeichert habe ja als ob ich es geahnt hätte ach so einpacken schnell hoch hier und hoch hier so ähm wie viele ebnen hat das scheißteil ach so von den unteren konnte ich da reingucken schon so was steht da eine ägyptische hieratische inschrift hm da steht das licht der erkenntnis öffnet alle türen na klar und schweine können fliegen ja das licht der erkenntnis wirst du sehen äh wenn du es anzünden kannst in die ein prismenförmiges Auge was mag es wohl anschauen das freu ich mich auch kann ich das Auge hier irgendwie benutzen nein aber ich weiß dass ich jetzt wieder nach unten muss anscheinend springen wäre glaube ich ein bisschen ungesund gewesen ähm so da unten wieder hin ja ich springe jetzt mal wieder runter und ich kriege da keinen Schaden das ist das ist top das gefällt mir rein theoretisch fährt das bis hier irgendwo vorne hin naja so jetzt muss ich noch den anderen Ort finden ouch etwas zu früh naja passt schon so zack mal hier speichern schon mir jetzt etwas zu früh weil ich vergesse dass es noch eine Ebene tiefer geht bevor ich springen kann so zack runter hier und perfekt so zack hier drauf und geht es hier irgendwo da hin was ich meinte äh ja genau weil das ist so schlecht einsehbar dass man hier hangeln kann das hat mir auch Mr. Infineau gesagt und hangeln hangeln erwähnt ihr schon mal dass ich hangeln hasse naja weil es einfach extrem nervig ist was haben wir denn hier bitte äh na 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 nein das laden wir jetzt nochmal weißt du ich stehe da drauf 5km entfernen und die kann mich treffen das ist nicht euer Ernst ah das sind auch noch mehrere ist nicht euer Ernst was haben wir hier unten oh Gold zieh sich einer das an aber warum sind hier so viele Tote heilkräuter was haben wir denn hier heilkräuter ja genau nochmal heilkräuter genau wie die die du 5 Sekunden vorher eingesammelt hast man wie viele Spinnen sind hier denn ah ähm und ziehen da muss ich nicht mal rumhangeln ich muss bestimmt hier noch öfter hin anscheinend und dann drücken wir den noch einmal mal sehen was hier oben ist ich frag mich echt wie ich das damals alles selber gefunden hab ich bin ich sagte schon mal hier nervt so mal gucken was wir hier oben finden mehr Spinnenmüll stimmt zumindest seien sich da gerade welche ab so anzünden hey ein Bündel Feuerholz ach das ist zum Aufsammeln ach so ich dachte das wäre zum anzünden sofort äh das hatte ich nicht vor ich wollte mich eigentlich die Kante runterlassen was doch eigentlich gehen müsste halt sag ich doch zack und halte ich fest perfekt was haben wir denn hier um die Ecke überhaupt mal sehen was sich da finden lässt Spinnen bestimmt äh diese verdammten Viecher ähm Nein das so Spinnen sind die lästigsten Viecher und rüber da was mache ich hier jetzt ach jetzt hör ähm ähm ah hier erst mal können wir hier noch das aufstrengen oh oh Russen rotes Gesocks die sind ja überall sie werfen mit Granaten ähm so Heilpflanze von hier aus komme ich an nichts heran äh soll ich auch das Holz da hinpacken stimmt da was steht hier auch irgendwas mit Licht der Erkenntnis das Licht der Erkenntnis öffnet alle Türen noch ein Auge der Strahl fällt auf den Wüstenboden Rotlicht Milieu hier äh na seh nicht den hat zu links äh hm ich muss schnell zu meinem Jeep kommen dann kann ich die alle umfahren so schnell in den Jeep der wirft mit Granaten der wirft mit Granaten lasst mich in Ruhe denn jetzt werde ich euch alle üben fahren BÄM äh den hätten zwar auch zerlegt den auch da war auch noch einer mindestens mindestens sagt ich so so ey den wollt ihr aber umfahren so die Munition können wir ja mal aufsammeln aufsammeln Nein. Eine Granate. Eine? Ist das echt nur eine? Ja. Stirb, Skorpion. Ja, ich weiß, man könnte auch rüberlaufen, aber das ist mir zu... ...unsicher. Noch mehr Munition. Und was haben wir in dem Laden? In dem Wagen. Von dem. Oder auch irgendwas? Ich denke nicht. Ne? Kann ich auch mit dem fahren? Ne. So, wo zeigt denn das hin? Irgendwie... Moment, das muss ich verschieben anscheinend. So, hoch. Und... Ich kann das nicht noch weiterschieben. Nein? Dann schiebst du das eben... ...in die Richtung. ... 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 Dann stellt Dr. Jones geschickt die Sehkraft des Patienten wieder her. Ich kann diesen Block einfach nicht weiter schieben, das ist das Problem. Und hier hoch komme ich auch nicht so. Und hier? Die Pyramide? Erstmal diesen Skorpion töten. Haben wir hier irgendwas, das ich machen kann? Sieht schlecht aus. Hmm. Dieser Block nervt. Ich kann das nicht noch weiterziehen. Man, weiter reinschieben geht ja auch nicht, stimmt's? Zu wenig Platz zum Rangieren. Ist doch beides doof. Irgendwie muss man noch diese Trittplattform wegkriegen, denke ich. Hmm. Ich gucke jetzt nochmal bei dem roten Licht, was da... ...helfen könnte. Mal sehen. Ah, da muss Wasser hin. Da muss das Wasser hin. Eindeutig. Aber wie lasse ich das da raus? Das ist ein guter Fall. Ah, da liegen noch Granaten. Eine Granate. Oder eine. ...hier. Hm, hm. Ja, Nummer eins ist offen. Hm. Mal da rein. Jump. Weil irgendwie komme ich hier auch zum Wasser. Bin mir ziemlich sicher. Hm. Oh, fuck. Ähm. Ja, jetzt stehe ich hier... Ach, immer noch hier hinten. Gut. Äh. Zum... Ah, erstmal möchte ich hier rausklittern. Indy! Raus hier! Gut. Moment, das war das nicht. Das fällt... Keine Ahnung, wohin. Hm. Gucken wir gleich mal weiter. Aber erstmal speichern. Und bis gleich. וא� good. Und bis gleich. Boom.